Hi Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Ihr wollt neue Bizepsübungen von mir und ihr bekommt neue Bizepsübungen von mir. Ich habe euch ja vor einiger Zeit, das ist schon ein bisschen länger her, mal erklärt, dass ich kein großer Freund von den Drag Curls bin, dass es mir auch oftmals mit der Schulter Probleme bereitet. Jetzt mache ich doch eine Übung, die ähnlich den Drag Curls ist und zwar sind es sozusagen horizontale Drag Curls. Hier am Kabelzug mache ich die ganz gerne und ich habe die Möglichkeit über eine sehr schöne Körperhaltung sehr intensiv den Bizeps zu trainieren und zwar schnappe ich mir einfach als starren Griff hier die SZ-Stange sozusagen für den Kabelzug. Der Vorteil von der SZ-Stange ist, dass die Griffweite erstmal selber bestimmt werden kann. Das andere ist, dass über die Griffposition hier neutraler, also ein möglichst natürlicher Griff gewählt werden kann und dass keine Pronation stattfindet. Also stattfindet diese Pronation, bedeutet sonst, dass ein Teil der Last nicht auf dem Bizeps, sondern genau genommen auf dem Brachialis liegt. So, jetzt zeige ich euch das einfach mal in einer Theorie und ganz besonders wichtig ist die Körperhaltung. Bei den Drag Curls kommt das ja auch auf eine besondere Körperhaltung an und zwar setze ich mich erstmal aufrecht hin, greife schon mal so, wie ihr es sehen könnt. Ich will das jetzt gar nicht so sehr auf die Grifftechnik fokussieren und finde schon mal einen Stand. Und zwar sehr interessant ist, von der Technik her hat das sehr viel vom Bankdrücken. Also mein Stand mit gesamter Fußfläche auf dem Boden und so weiter, genauso ähnlich macht das auch bei mir beim Bankdrücken Sinn und ich versuche nämlich jetzt auch im weiteren Verlauf, ähnlich wie beim Bankdrücken, ein Hohlkreuz zu bilden. Ich ziehe jetzt die Schulterblätter zusammen, sodass nur die Schultern und das Gesäß Berührung zum Boden haben, also Berührung zur Bank haben natürlich. In der Position habe ich eine gute Körperspannung und fange jetzt an, eng am Körper die Curls auszuführen und behalte während der gesamten Bewegungsausführung natürlich den Oberarm nahe am Rumpf. Also nochmal kurz auf die Technik eingehen, Standposition ähnlich wie beim Bankdrücken, dann die Haltung auf der Bank auch ähnlich wie beim Bankdrücken, nur Berührung mit dem Gesäß und mit den Schulterblättern auf der Bank, Hohlkreuz, Schultern zusammenziehen und dann natürlich eben die Oberarme eng am Rumpf behalten. Die Ellbogen gehen nicht nach außen, das ist ganz wichtig. So, jetzt habe ich euch das gezeigt, habe hier die Stufe 14. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Gewicht das ist, das ist für mich jetzt auch nicht so relevant, weil das hier auch über den Flaschenzug läuft. Jetzt zeige ich euch, dass ich natürlich auch noch ein bisschen mehr Gewicht bewegen kann, sonst heißt das wieder, Simon ist ja so ein Schwächling, hat so einen kleinen Bizeps. Wichtig ist bei dieser Übung, dass ihr die gesamte Bewegungsausführung kontrolliert macht und auch schön alle drei Belastungsphasen nutzt, sonst bringt das Ganze nichts. Und auch gerade die Körperspannung so im Rumpfbereich ist ganz besonders wichtig. Also das ist eigentlich gerade was die Spannung angeht und die Haltung angeht, wie beim Bankdrücken. So, die letzte Wiederholung war nicht mehr ganz so schön. Ich hoffe, ich habe euch auch nicht so sehr ins Mikrofon reingestöhnt. Einen Tipp gebe ich euch noch und der ist ganz wichtig. Versucht keinen Druck über den Kopf auf die Bank aufzubauen, sonst lauft ihr am nächsten Tag wie der Glöckner von Notre Dame. Das kann ganz übel enden, das ist auch genau das Gleiche beim Bankdrücken, da solltet ihr auch niemals mit dem Kopf Druck auf der Bank aufbauen. Ja, das sind die horizontalen Draghorns am Kabelzug. Tut mir auf jeden Fall momentan richtig gut. Ist eine Übung, die Spaß macht. Nochmal solche schön alles geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon. Ich hoffe, es hat euch gefallen.